Lasst uns mit einem gesungenen Sikker beginnen. Er heißt Angel Sikker, der Sikker der Engel. Und wurde von Moshe Jahawadim komponiert. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 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 Ja, schön, dass ihr gekommen seid zum Sufi-Branch und herzlichen Dank an das Sufi-Team hier aus München für die Einladung. Ich möchte ein paar Geschichten erzählen, größtenteils aus der Sufi-Tradition und Saroj wird mich begleiten. Und ich dachte, ich fange mit einer Nasruddin-Geschichte an. Weil gestern Abend, nach dem Geschichtenabend, kam eine junge Frau und sie sagte, ich liebe Nasruddin. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen zum Sufi-Branch. Es gab mal einen König, der war ein richtiger Tyrann. Er quälte die Menschen um ihn herum. Er war besitzgierig. Er machte schlimmes Business. Ja, es könnte ein König oder irgendjemand aus unserer modernen Zeit auch sein. Auf jeden Fall ist er eines Tages aufgewacht und sagte sich, ich sollte ein besserer Mensch werden. Ich sollte mich verändern. Ich sollte was Gutes für die Welt tun. Und da dachte er an diesen alten, weisen Nasruddin, der zu der Zeit schon ein alter Weiser war. Aus einem Namen wurde irgendwann mal ein weiser Nasruddin. Aber das ist eine lange Geschichte. Die besteht aus vielen kleinen Geschichten. Die erzähle ich manchmal, soweit ich sie kenne. Auf jeden Fall rief er den Nasruddin. Und der Nasruddin kam und dieser Tyrann guckt ihn an und sagt zu ihm, So, weiser Nasruddin, ich habe beschlossen, ein besserer Mensch zu werden. Und ich habe beschlossen, dass du mir einen wichtigen Tipp dafür gibst, wie es zu bewerkstelligen ist. Und da sagt Nasruddin zu ihm, eure Majestät, ich empfehle euch, jeden Morgen bis um zehn zu schlafen. Dann eine schöne Dusche. Entspannt, den Tag beginnen und dann so ab elf Uhr ein gutes Brunch. Elf hat zwölf, ein großes Brunch. Ja, und dann sagt der König, er wird schon ein bisschen nervös. Ja, danach kommt ein kleiner Mittagsschlaf oder wenn die Sonne geht, wenn schönes Wetter ist. Ja, aber Moment mal, ich frage dich, ich möchte ein besserer Mensch werden. Und was kann ich tun für die Welt? Und dann sagt Nasruddin zu ihm, also, wenn eure Majestät ausschläft bis um elf, dann ein großes Frühstück und dann einen kleinen Spaziergang, dann kann sie schon mal keine dummen Sachen bis dahin anstellen. Es ist nicht so einfach, etwas Gutes für die Welt zu tun, will er damit sagen. Und ja, dieses Brunch hat mich daran erinnert. Ich glaube, es findet ja nur einmal im Monat statt. Aber wenn wir jetzt hier sind, können wir die Welt nicht retten. Und wer weiß, ob das der Welt gut tut. Wir an der Sufi-Tradition, auch Morshit, neben so oben dem Bild, sagte mal, auf dem Sufi-Weg versuchen wir nicht, die Welt zu verändern, sondern wir verändern uns. Das ist unser Weg. Und indem wir uns verändern, beginnen wir, die Welt zu verändern. Und jemand kam zu ihm und sagte, aber Hasradinajad Khan, glauben Sie wirklich, dass Spiritualität so viel Wirkung hat auf Menschen? Und er sagte zu dem Mann, wissen Sie, wenn jemand mit einem Grippevirus in ein Land kommt, wo niemand den Virus hat, kann es sein, dass er das ganze Land ansteckt von seinem Grippevirus. Das passiert, sagt er. Vielleicht passiert es sogar heutzutage noch. Warum sollte dann nicht ein Sufi mit einem Sufi-Virus im Herzen die ganze Welt anstecken? Ohne das besonders groß zu verkündigen. Was wir tun, wir stimmen unser Herz. Die Musik, die wir eben gesungen haben, mit der stimmen wir unser Herz auf die natürliche Frequenz. unseres eigenen Herzens ein. Und sie ist originell bei jedem Menschen. Sein eigener, natürlicher Ton. Und so haben wir eine große Chance auf dem Sufi-Weg. Wie Hafiz sagt, der berühmte Sufi-Dichter, gestern Nacht fing ich den glücklichen Virus ein, er ist unheimlich ansteckend, so küss mich. Ja, das ist unser Weg. Und es gibt die, es gibt eine Geschichte vom Guru Nanak, die würde ich gerne erzählen. Guru Nanak gilt als der Begründer der SIG-Tradition, aber wir sagen, Guru Nanak war ein Sufi. Und er zog mit einem Schüler durchs Land und machte Musik und erzählte Geschichten und gab seine spezielle Lehre. Und in dieser Zeit, ich glaube 15. Jahrhundert war es, konnte man noch überall im Orient hinreisen und er reiste zur Kaaba. Also er reiste zu spirituellen Pilgerplätzen in der damaligen Welt. Und er war ja kein Muslim. Heute können wir da nicht mehr hinreisen, wenn wir keine Muslim sind. Aber er konnte hinreisen. Und da kam der große Imam von Mekka zu ihm und sagte zu ihm, Guru Nanak, ich habe gehört, dass du den Palast Gottes kennst. Dass du den Palast Gottes gesehen hast. Solche Dinge erzählen die Menschen von dir. Bitte sag mir, wie sieht der Palast Gottes aus? Ich möchte es gerne wissen. Hat der irgendeine Ähnlichkeit mit der Kaaba oder so? Und Guru Nanak sagte, der Palast Gottes sieht so aus. Er hat neun Tore. Er hat zwölf Türme. Und er hat 52 Zinnen. So schaut er von außen aus. Und dann gehst du hinein. Und im Innersten, da ist ein wunderbares Zentrum. Das Herz des Tempels. Und dort wohnt Gott. Es ist unbeschreiblich. in Wahrheit. Aber weißt du, was es tatsächlich hier und jetzt ist? Und der Imam sagte, nein. Und Guru Nanak sagte, ich beschreibe dir nur den menschlichen Körper. Der menschliche Körper ist der Palast Gottes. Schau, es gibt die neun Tore, die Öffnungen des Menschen, die Augen, die Ohren, die Nasen, Löcher, der Mund und die beiden unteren Öffnungen. Es gibt die Türme, die Handgelenke, Unterarm, Oberarm und Füße, Unterschenkel, Oberschenkel. Das sind die zwölf. Und was sind diese 52 Zinnen zur Verteidigung? die Krallen, die Zehennägel, 10, 20 und dann die 32 Zähne, falls du noch 32 Zähne hast. Aber dieser Körper, dieser Palast Gottes, wenn du hineintrittst und gehst ins Innerste, ins Herz des Tempels, dort ruft das Göttliche in dir. es ruft dich so wie du gestimmt bist, je nachdem wie dein Herz gestimmt ist und wenn es auf den natürlichen Ton deines Wesens gestimmt ist, dann kannst du die Stimme Gottes hören und dann bist du verbunden. Moschitz sagt, selig ist der, der den göttlichen Ruf vom Minaretz seines Herzens hört. Lass uns ein Lied sehen. Von Ibn Arabi ist der Text. I follow the religion of love. Das ist unsere Religion. I follow the religion of love, das könnt ihr gleich mitsingen und dann kommen noch einige weitere Zeilen, welchen Weg auch immer die Karawane nimmt. Es ist meine Religion, es ist mein Glaube. Which way the caravan of love will take was ist auf Englisch. Ihr werdet es gleich mitsingen und dann kommt noch ein Stück, das ihr einfach zuhört, ein Teil davon. Ich follow the religion of love, I follow the religion of love, I follow the religion Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es gab einmal einen Mann, der hatte vier Haustiere. Vier ungewöhnliche Haustiere. Das eine war ein Elefant, das andere ein Krokodil, dann hatte er noch einen Affen und einen Adler. Und er ging jeden Tag mit seinen vier Haustieren spazieren. Er hatte vier Leinen und er band jedes Tier an einer Leine und dann ging er hinaus in die Natur. Aber der Elefant wollte in die Wiese, um das saftige Gras zu fressen. Das Krokodil wollte in den Fluss, um dort zu schwimmen und sich zu amüsieren. Der Affe wollte in die Bäume, um herumzutrollen und der Adler schwang sich auf. Und so ging der Mann mit seinen vier Leinen und wurde in alle Richtungen hin und her gezogen. Und jeder Spaziergang war für ihn eine sehr anstrengende Sache. Er war total erschöpft und ermüdet, wenn er dann vom Spaziergang nach Hause kam und musste erst mal eine Pause einlegen von seiner Runde mit seinen Haustieren. Dieser Mann hatte einen Nachbar und dieser Mann, dieser Nachbar, hatte auch vier Haustiere. Er hatte ebenfalls ungewöhnliche Haustiere. Er hatte einen Elefanten, einen Krokodil, einen Affen und einen Adler. Und wenn dieser Nachbar aus seinem Haus ging und den Spaziergang machte, dann blieben die Tiere ganz locker an der Leine. Und er hatte einen wunderbaren Spaziergang. Er ging überall hin, er ging in die Wiese, er ging in den Fluss. Er ging zu den Bäumen und für den Adler hatte er eine ganz lange Leine, dass der Adler kreisen konnte über ihn. Und er kam seelenruhig, entspannt, unterholt von seinem Spaziergang zurück. Und eines Tages sagte sein gestresster Nachbar mit den anstrengenden vier Tieren, wie machst du das? Wie schaffst du das, deine vier Tiere so gut zu trainieren und dass du so einen schönen Spaziergang hast? Und das sagt dieser Mann ganz einfach. Ich binde meine Tiere in meinem Hof an die Leine. Und dann lernen sie an dieser Leine, also ich setze einen Flock in die Mitte des Hofes und dann sind sie an der Leine. Und dann lernen sie, dass sie an dieser Leine nur diesen Spirraum haben und mehr nicht. Und das speichern sie in sich. Und so gehen sie nie weiter als dahin, weil sie spüren den Schmerz, wenn sie immer an die Grenze stoßen. Und so gebe ich ihnen genau den Raum, den sie brauchen, um ausbalanciert zu sein. Und wenn ich sie dann losbinde, dann glauben sie, ich bin der feste Flock in der Mitte. Und dann nutzen sie nur den Spirraum, den sie ja bekommen, wenn sie halt trainiert werden am Flock. Und dann bin ich halt im Flock in Bewegung. Das ist alles. Und das funktioniert. Das sagt der Nachbar, das ist ja toll. Muss ich auch ausprobieren. Er probiert es aus und es begann zu funktionieren. Was soll diese Geschichte bedeuten? Wirkliche Weisheitsgeschichten haben mindestens zwei, manchmal sogar sieben Ebenen des Verstehens. Und sie sind sogar so, wenn du eine Weisheitsgeschichte öfters hörst, dann wird sie immer interessanter. Und du fängst dir an, Fragen zu stellen. Diese Weisheitsgeschichte bedeutet für mich die Übung des Atems der vier oder fünf Elemente auf dem Sufi-Weg. Wenn wir den Atem der Elemente praktizieren, legen wir unsere Elemente an die Leine. Und sie lernen, so zu rhythmisch zu sein, dass sie kein Chaos erzeugen. Wenn wir diese Übung nicht praktizieren, dann können wir spazieren gehen, in die Natur oder in die Stadt. Und es fällt uns schwer, im Rhythmus zu sein. Und diese Übung ist sehr hilfreich. Und natürlich ist es besser, sie zu praktizieren, wenn wir nicht gerade in die Stadt oder rausgehen, sondern wenn wir sie zu Hause praktizieren. Und deswegen würde ich gerne diese Übung jetzt mit euch in einer kleinen Meditation, noch mit einem Schlussteil, jetzt praktizieren. Also eine Elemente-Meditation. Ich denke, die meisten von euch werden sie sicher kennen, aber wir machen einfach eine Version davon. Nehmt einfach eine gute Haltung zum Meditieren ein und spürt, dass ihr gut sitzt, vor allem gut gewurzelt, das Rückgrat öffnet sich, dass der Atem gut fließen kann. Und wir werden den Reinigungsatem der Elemente, so heißt der Atem, diesmal auf die Chakren legen. und wir beginnen mit dem Wurzelschakra. Spür einfach unten die Verwurzelung am Boden. Werde dir deines Atems bewusst und spüre die Verwurzelung. Und dann lenke die Energie des Atems tief nach unten in die Wurzel. Wie wenn du beginnst, mit dem Wurzelschakra die Erde einzuatmen und dann von der Wurzel wieder in die Erde zurückzuatmen. und dabei durch die Nase ein- und ausatmen. Das ist sozusagen, um den Elefanten in dir zu stabilisieren, ihn zur Ruhe zu bringen. Wurzel ein, das Wurzelschakra öffnet sich, nimmt die Erdenergie auf, die Ruhe und ausatmen, Erden. Und da erde a von der Erde, wo die Erde, das ist sozusagen, wo die Erde, das ist submarines. Dann hebe die Konzentration zum Nabel- oder Sexualchakra unter dem Nabelbereich und atme dort die Energie des Atems durch die Nase ein und durch den Mund aus. Reinigung mit dem Element Wasser. Das Krokodil. Das Krokodil. Dann hebe den Atem, die Konzentration zum Solaplexus unter den Rippen und dort durch den Mund einatmen und durch die Nase ausatmen, die Energie. Das Einatmen durch den Mund ist wie ein Feuertrinken. Ausatmen durch die Nase wie den Rauch ausstoßen. Aber du aktivierst das Feuer am Solaplexus. Und es verbrennt, was verbrannt werden soll. Mund ein, Nase aus. Mund ein, Nase aus. Mund ein, Nase aus. Du reinigst sozusagen den Affen in dir. Vielen Dank. Dann hebe den Atem in die Brust, in die Mitte der Brust und atme dort einen leichten Atem durch den Mund ein und aus. Und lass die Adlerenergie in deinem Herzen einfach aufschwingen, die Flügel öffnen und sanft fliegen mit dem Ein- und Ausatmen durch den Mund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hebe den Atem in die Kehle. Und atme jetzt wieder durch die Nase ein und aus und lass die Energie des Atems durch die Kehle ein- und ausfließen. Mach dabei die Atmung durch die Nase ganz fein. So fein und so sanft, dass du gar nicht mehr deinen eigenen Atem spürst oder hörst. Und dieser feine Atem ist die Quelle und die Essenz der vier Elemente. Io aber noch mal. Dann konzentrier dich auf das dritte Auge in der Mitte der Stirn. Und auf die Krone, vom Kopf aus in den Himmel, versuche deinen Atem noch feiner, noch transzendenter zu machen und atme diese feine Energie direkt durchs dritte Auge ein und atme durch die Krone in den Himmel aus. Vielen Dank. 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 Open our hearts that we may hear thy voice which constantly comes from within. Open our hearts that we may hear thy voice which constantly comes from within. Yalla Yalla, 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 Yalla. Open our hearts that we may hear thy voice Which constantly comes from within Open our hearts that we may hear thy voice Which constantly comes from within Yalla, yalla, yalla Yalla, yalla, yalla Open our hearts that we may hear thy voice Which constantly comes from within Open our hearts that we may hear thy voice Which constantly comes from within Open our hearts that we may hear thy voice Which constantly comes from within Open our hearts that we may hear thy voice Open our hearts that we may hear thy voice Which constantly comes from within Yalla, yalla Yalla, yalla Yalla, yalla Yalla, yalla Yalla, yalla Unser Sufi-Fad ist eine Karawane Und wir ziehen gemeinsam Wir treffen uns an Oasen Wie zum Beispiel Yawali Und wir trinken und essen zusammen Und tauschen Geschichten und Lieder Und Meditationen aus Und öffnen unser Herzen füreinander Und dann reisen wir weiter Und wir brauchen etwas Und davon handelt diese Geschichte Es gab mal vier Sufis, die sind da gereist Mit ihren Kamelen Und sie kamen in eine Gegend Wo es viele Diebe gab Und die Diebe waren spezialisiert Auf das Kamelstehlen Und die Sufis wussten nicht Wie sie das tun sollen jetzt Die Nacht kam Und sie schafften es Nicht bis zu einer Oase Und So mussten sie im Freien übernachten Und jeder hatte Angst Dass in dieser Nacht Sein Kamel geklaut wird Und so sagte sich jeder Ich werde ein Schutzgebet sprechen Und dann wird mein Kamel Nicht gestohlen Von den Dieben Und der Erste ging hin Und sagte Oh Allah Schöpfer des Universums Bitte Bitte kümmere dich Um mein Kamel heute Nacht Ich brauche das morgen Zum Weiterreisen Ansonsten muss ich zu Fuß laufen Das ist weit Bis zur nächsten Oase Und Der Zweite Betete genauso Er bat Allah Den Schöpfer Um großen Schutz Und der Dritte ebenso Und sie sagten auch Schutz was ich was Jawakil Und solche Sachen Und dann Kam der Vierte Und er sagte Oh Morshit Mein Morshit Bitte Kümmer dich heute Nacht Um Mein Kamel Wen soll ich sonst fragen Ich frage dich Bitte schütze Mein Kamel Morshit Mein Morshit Und dann legte er sich auch hin Und sie schliefen Alle vier Als der Tag kam Das Licht des Tages kam Sahen sie Heute Nacht Heute Nacht Heute Nacht sich um Unser Kamel Kümmert Und du hast nur Deinen Morshit Gefragt Und dein Kamel Und dein Kamel ist nicht Gestohlen worden Und dann sagt er Ich habe meinen Morshit Gefragt Weil Mein Morshit Passt auf meinen Kamel Auf Ja aber Mach das Allah Nicht Dann sagt er Wisst ihr Allah hat nachts So viel zu tun Glaubt ihr Er könnte sich auch noch Um eure drei Kamele Kümmern Aber mein Morshit Der hat nur ein paar Schüler Der gibt nur ein paar Leuten Guidance Der denkt an mich Und der beschützt Mein Kamel Wenn ich ihn bete Wir haben Helfer Ja Die uns auf den Weg führen Sei es Morshit Sei es ein Guide Manchmal hat Gott So viel zu tun Und Wir können uns nicht Immer auf ihn verlassen Wir können uns Immer auf ihn verlassen Aber Manchmal ist es besser So zu denken Und zu handeln Auf dem so viel Weg Die nächste Geschichte Ich muss nur einer erzählen Ihr müsst noch ein bisschen Aushalten Bis es das Brunch gibt Handelt auch Von vier Männern Aber von vier Weisen Und die ist mir jetzt Eingefallen Und sie passt auch Zum spirituellen Weg Sie hat eine ganz besondere Weisheit Es gab drei Weiser Die Wanderten Runter Über die Alpen hier Wir sind in München Über die Alpen Runter nach Italien Und suchten ein Schiff Und das Schiff Sollte sie ins Heilige Land bringen Sie wollten eine spirituelle Reise machen Und da war ein Käpt'n Der sollte Waren Ins Heilige Land liefern Und von dort Waren zurückbringen Und sie fragten Kannst du uns mitnehmen Und dann hat er gesagt Was zahlt ihr dafür Und sie sagten Wir zahlen unsere Weisheit dafür Ja was könnt ihr denn Und dann sagt der Erste Ich kann hell fühlen Der Zweite Ich kann hell hören Und der Dritte Ich kann hell sehen Das sagt der Käpt'n Das ist ja interessant Ihr habt ja solche Magischen Gaben Ich nehme euch mit Wenn ich mich langweile Dann müsst ihr mich aber Unterhalten mit Euren magischen Gaben Machen wir Machen wir Und er lässt sie rein Ins Boot Und er ruft Als Rein alles Wir wollen los Und da kommt nochmal Ein Vetter angelaufen Ne nehmt mich mit Nimmt mich mit Wer bist du denn Ich möchte auch ins Heilige Land Ich bin ein Weiser Ich möchte ins Heilige Land Du ich hab schon drei Weiser Also ich weiß nicht Ob ich noch einen mitnehmen will Ja aber Was Was können sie denn Er hat es aufgezählt Und der vierte Weiser sagt Ich kann was anderes Ja Ja was kannst du denn Ich kann Wichtiges Von Unwichtigem unterscheiden Und da sagt der Käpt'n Also das ist jetzt keine Spezielle Gabe Er hatte ein gutes Herz Und sagt Komm Komm aufs Schiff Ich nehme dich mit Ja Und so hatte er vier Weiser Auf seinem Boot Und sie fuhren los Ja es ging Gleich los Richtung griechische Inseln Es war ein wunderbarer Wind Und als sie dann Bei Zypern waren Kam die Windstelle Und das Boot Das große Boot Fuhr nicht mehr gut weiter Und der Käpt'n stand da Am Rehling Und langweilte sich Und da sagte er Jetzt sollten mal Meine Weisen Mich ein bisschen unterhalten Und er rief sie Da kamen die drei Weisen zu ihm Und er sagte zu ihnen Jetzt erzählt mir Was ihr gerade wahrnehmt So vom Leben Was gibt es Besonderes Was geschieht Und dann stehen sie da Öffnen Augen und Ohren Und andere Sinne Hört ihr? Und dann sagt auf einmal Der der hellhörig ist Oh Ich habe gerade gehört Wie eine goldene Haarspange Auf den Boden fiel Ins Gras Irgendwo ganz weit Ganz weit Habe ich es gehört Und dann sagt der zweite Oh ich fühle Ich fühle Es ist ein Schmerz da Der Schmerz kommt vom Herzen Einer jungen Frau Ich glaube es ist Irgendeine Art von Prinzessin oder so Ich fühle Und es ist Von großer Bedeutung Und dann sagt der dritte Ich kann sie sehen Es ist die Prinzessin von Udaipur In Indien Und ich glaube Die Haarspange ist ein Geschenk Zu ihrem 18. Geburtstag Und der Käpt'n steht da Und weiß nicht Was er von den Gaben Der drei Weißen Halten soll Und dann schaut er zufällig rüber Auf die andere Seite Des Bootes Und da steht der fitte Weiße Und langweilt sich völlig Hat das alles mit angehört Und langweilt sich Und der Käpt'n guckt nochmal Auf die drei Und geht rüber zum fitten Weißen Und stellt sich neben ihn Und guckt langweilig auf das Wasser Und so kommt irgendwann wieder Wind auf Und sie landen im Heiligen Land So was immer diese Geschichte heißen mag Der Käpt'n hat was verstanden Und diese Geschichte erzählt viel Vom spirituellen Weg Und hilft uns eine ganze Menge Ja Es gibt viele Dinge Die sind gar nicht so wichtig Ja Aber wichtig ist Dass wir So glaube ich Ja Dass wir Die Sprache des Herzens Und des Magens verstehen Und deswegen singen wir jetzt noch Einen Song Und dann schauen wir mal The Language of Life Die Sprache des Lebens Und Heart speaks to heart Soul speaks to soul Das Herz spricht zum Herzen Die Seele spricht zur Seele Ja Also Ja sie sucht Und es gibt eine Melodie dazu Die geht la 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 Ja Also das ist Die Melodie La 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 Ja und ihr könnt die ganz leicht mitsingen Und dann im zweiten Refrain Es ist Heart sings to heart Soul sings to soul Und im dritten Refrain Heart comes to heart Soul comes to soul La 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 La, 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 la. The language of life we should always remind. The language of life is so easy to find. The language of life is so easy to find. The language of life is so easy to find. The language of life we should always remind. The language of life is so easy to find. The language of life is so easy to find. The language of life is so easy to find. La, 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 la. La, 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 la. The secret of life we should always remind. The secret of life is so easy to find. The secret of life is so easy to find. The secret of life is so easy to find. The secret of life is so easy to find. The secret of life is so easy to find. The secret of life is so easy to find. Ich habe noch eine Geschichte. Sie ist mir gerade gekommen. Sie hat zu mir gesprochen. Für irgendjemanden hier im Raum ist sie, das weiß ich. Aber es ist eine Zen-Geschichte. Eine Zen-Geschichte. Der Gouverneur dieser Regionen in Japan ging sonntags zum Zen-Meister. Und ein bisschen zu meditieren, wie das die Könige tun. Und diese Geschichte schließt ein bisschen den Kreis heute. Sie hatten ein bisschen mit Nasruddin und dem König zu tun. Damit haben wir angefangen. Und dieser Gouverneur kam und hat da Zen-Meditation mitgemacht. Und dann sagt er hinterher zum Zen-Meister, darf ich bitte mit dir sprechen, unter vier Augen, unter Männern. Sagt der Zen-Meister, ja. Und sie gingen in einen Nebenraum mit einem Tee und sitzen da. Und dann sagt der Gouverneur, jetzt lass uns mal von Mann zu Mann reden. Also es ist ja schön und gut, was wir hier machen, aber jetzt muss ich dir mal sagen, was ich von dir halte. Ja, sag es mir bitte. Also ich finde, du schaust aus wie ein alter Esel, sagt der Gouverneur zu dem alten Zen-Meister. Aha, sagt der Zen-Meister. Also ich finde, du schaust aus, du hast so ein Lächeln, so ein bisschen. Ja, deine Buddha-Natur kommt langsam, seitdem du meditierst, etwas mehr zum Vorschein. Und dann sagt der Gouverneur zu mir, hör mal zu, ich habe dich gerade einen alten Esel genannt. Und ich könnte sogar sagen, dass du ein bisschen stinkst, ja. Also wirklich, du bist ein alter, stinkender Esel, in meinen Augen. So, und jetzt gib mir ein Feedback. Und dann sagt der Zen-Meister, weißt du, du hast Buddha-Natur in dir und das wächst, das geht weiter, ja. Also ich sehe, du entwickelst dich hervorragend. Und dann klopft dieser Mann auf den Tisch und schreit, du alter Esel, jetzt sag endlich mal zu mir, was du wirklich von mir hältst. Und stell dich nicht so dumm an, jetzt habe ich dir mal die Wahrheit gesagt. Und dann sagt dieser alte Zen-Meister zu ihm, wahrhaftig, ein echter Buddha. Er kommt langsam aus dir zum Vorschein. Und dann sagt dieser Mann, völlig entrüstet, dieser Gouverneur, jetzt hör mal zu, ja. Ich nenne dich ständig einen alten, stinkenden Esel und du siehst in mir immer mehr Buddha-Natur. Wie kann das sein? Dann sagt der Zen-Meister, weißt du, ein Buddha, ein Mensch, der zu einem wahren Buddha wird, der seine Buddha-Natur entdeckt, der sieht überall nur noch Buddhas. Und, ja, ein Esel sieht halt überall nur Esel. Ja, so. Jetzt können wir uns entscheiden, was wir sehen, ja. Diese Geschichte ist die Herausforderung zum Abschluss. Ja, okay. Oder willst du noch eine Musik, George? Nee. Gut. Dann machen wir einen Prayer, vielleicht einen Prayer zum Essen. Ja, machen wir das hier. Hat jemand eine Melodie zum Anstimmen? Habt ihr was Spezielles? Die kennen wir, oder? Bitte? Die kennen wir. Ja, welche? Welche? Lass sie uns singen. Ja, welche. Hast du einen? O Gott, der Sustainer of our bodies, hearts and souls, bless all, bless all, bless all that we receive in thankfulness, Amen, Amen. Amen. Danke. Danke schön. Danke schön, dass ich es sehr gut war. Danke so much. Danke so much. Okay. Danke.